Pass auf, wo du entretzt bist, oder? Unseren jüngsten Informationen zuvor... Tröger haben Sie das Institut infiltriert und ein wertvolles Holoband in Ihren Besitz gebracht. Ich bin sehr enttäuscht, dass Sie sich entschieden haben, den Signalfänger ohne die Bruderschaft zu bauen, Ritter. Gleichwohl, Sie haben es in Ihre Anlage hinein und wieder hinaus geschafft, was eines unserer Primärziele war. Daher bin ich bereit, Ihre Fehlentscheidung zu tolerieren. Die unerwartete Beschleunigung unserer Pläne durch Sie führt zu zwei neuen Missionen. Zuallererst sollten Sie Proctor Ingram das Holoband bringen. Auf dem Band könnten wichtige Informationen für den Erfolg unserer Mission gespeichert sein. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Teil Ihrer Mission ist etwas komplizierter. Vor etwa zehn Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten, Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten. Eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, Sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Was waren das für Meinungsverschiedenheiten? Sie arbeitete zwar für die stillerne Bruderschaft, aber sie ist nie offiziell als Gelehrte beigetreten. Nachdem das Ödland der Hauptstadt gesichert war, störte sie sich an der weiteren militärischen Präsenz der Bruderschaft dort. Ich glaube, sie dachte, wir würden einfach irgendwann verschwinden. Da hat sie sich getäuscht. Ihre Mission ist einfach. Sobald Sie im Institut sind, machen Sie Dr. Lee ausfindig. Wenn Sie noch am Leben ist, nehmen Sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen Sie, sie sich wieder der stillernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir Sie. Was ist das für ein Projekt, an dem Sie arbeiten soll? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die stillerne Bruderschaft gearbeitet. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht anbringen. Viel Glück, Ritter. Das ist ein dicker Salisbury-Stick. Viel los heute, oder? Wann erzählst du mir etwas über diese mysteriöse Phase? Dr. Lee? Du schon wieder? Was ist es denn diesmal? Du bist offensichtlich aus einem bestimmten Grund hier. Da du mein Experiment ohnehin schon ruiniert hast, kannst du es mir jetzt auch sagen. Du bist doch die Wissenschaftlerin. Warum denkst du, dass ich hier bin? Hm, mal sehen. Ein Luftschiff der stillernen Bruderschaft taucht auf. Du findest einen Weg, unser Teleporter-Signal zu kapern? Und jetzt stehst du vor mir. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Ich fühle mich schon seit fast zehn Jahren ständig beobachtet und habe nur darauf gewartet, dass sie jemanden wie dich schicken, um mich zu töten. Warum sollten wir dich töten wollen? Ich habe ziemlich heikle Arbeiten für die stillerne Bruderschaft erledigt. Lyons hat mich zwar gehen lassen, aber es gab einige, die meinten, ich wüsste zu viel. Deshalb bin ich zum Institut gekommen. Es war der einzige Ort, an dem ich mich sicher vor der Bruderschaft gefühlt habe und an dem ich weiter forschen konnte. Hm. Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Bist du glücklich hier unten? Man sollte doch meinen, dass modernste Laborausrüstung und die Gesellschaft der größten Genies, die die Welt je gesehen hat, ausreichen sollten. Das Problem ist nur die fehlende Transparenz. Ich glaube nicht, dass wir alles erfahren, was hier unten passiert. Was hat das damit zu tun, worüber wir reden? Die Bruderschaft braucht deine Hilfe. Braucht meine Hilfe? Wieso? Sie schienen alles im Griff zu haben, als ich ging. Hast du irgendwelche Projekte zurückgelassen, die du gerne abschließen würdest? Du solltest wissen, dass du mich das nicht zu fragen brauchst. Wenn sie dir nicht gesagt haben, woran ich gearbeitet habe, dann wollten sie nicht, dass du es weißt. Und ich werde sicher nicht meinen Hals riskieren und ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse lüften. Sag mal, warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Vater vertraut mir. Das solltest du auch tun. Er vertraut dir, weil du zu seiner Familie gehörst. Ich nicht. Ich kann dir nicht einfach so vertrauen. Ich brauche etwas mehr als das. Die Bruderschaft war immer ehrlich zu dir. Die ganze Geheimniskrämerei hier geht mir langsam etwas auf die Nerven. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Vater nicht ehrlich zu mir ist. Als gäbe es Dinge, über die ich nichts wissen darf. Sowas mag ich nicht. Aber wie kann ich das alles hier zurücklassen? Deine Arbeit könnte entscheidend für die Befreiung des Commonwealths sein. Du weißt wirklich genau, was du mir sagen musst. Weißt du, ich habe nie verstanden, wieso das Institut so selbstsüchtig ist. All die unschuldigen Leute da oben sterben. Und ich bin hier unten von Technologie umgeben, die ihr Leben leichter machen könnte. Trotzdem verstecken wir uns hier unten und isolieren uns von allem und jedem. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Ich werde zur Bruderschaft zurückkehren. Aber ich muss das allein machen. Ich kann es nicht riskieren, mit dir gesehen zu werden. Sag dem, der dich geschickt hat, dass er soeben Dr. Madison Lee erneut angeheuert hat. Sag dem, der dich geschickt hat. Ich habe Meldung bekommen, dass Dr. Lee zu uns zurückkehren wird. Was glauben Sie, wie kooperativ wird sie sein? Wird man ihr etwas antun, wenn sie nicht kooperiert? Auf gar keinen Fall. Wir haben große Pläne mit Dr. Lee. Einschließlich des Neustarts, einer ihrer größten Schöpfungen. Die goldene Gans zu töten ist sicher das Letzte, was wir tun werden. Sobald Dr. Lee eintrifft, werden wir sie auf der Pridwen verhören. Sie stand zehn Jahre lang unter dem Einfluss des Instituts. Wir dürfen da kein Risiko eingehen. So, und jetzt zu anderen Dingen. Dank Ihrer erfolgreichen Aufklärung ist es jetzt an der Zeit, die nächste Phase der Operation zu starten. Ich möchte, dass Sie sich bei Proctor Ingram auf dem Flughafen melden. Sie arbeitet an einem Spezialprojekt, bei dem Ihre Fähigkeiten gefragt sind. Wieder einmal wissen Sie zu beeindrucken, Ritter. Wegtreten. Wir gehen. Wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020